hi leute willkommen bei mir im revier im schönen westerwald ja ich weiß nicht ob man es hört im hintergrund beltenbock vorhin stand hier eine ricke mit zwei kitzen das wetter ist wunderschön ein bisschen warm aber nun gut mir fliegt ein haufen vielzeug um die nase rum aber nun gut ja heute geht es mal ein bisschen um den bereich optik ich habe mir ein neues ferngas gegönnt und zwar das gecko 10 mal 50 mit lese entfernungsmesser ich hatte schon mehrere fälle vor allem auf dem feld wo es unheimlich schwer war wirklich die entfernung abzuschätzen von mir das glas ein bisschen höher steht ist es manchmal hakelig ich hatte bis jetzt immer den hawk lese entfernungsmesser mit dem ich auch super zufrieden bin den engage 1500 aber ich hatte einfach die nase voll immer zwei geräte herumzuschleppen so ich habe mir diverse fernleser mit lese entfernungsmesser angeguckt in der preisklasse zwischen 1000 bis 4000 euro hoch und habe mich schlussendlich für das gecko entschieden das gecko liegt uvp 1499 aber ein bisschen guckt bekommt man das auch schon um die 1000 euro vielleicht sogar ein bisschen günstiger das gecko wird in so einem wunderschönen hardcase geliefert wobei ich auch schon dass ich nicht hundertprozentig mit zufrieden bin weil hört mal die reißverschlüsse sind nicht gummiert ist der reißverschluss super von der verarbeitung klappert aber extrem und wenn man aufbauen und hat vielleicht schon wild vor und dann das teil ausbauen bei empfindlichen rot wild etc könnte es probleme geben hier will ich werde die reißverschlüsse wahrscheinlich irgendwie in irgendeiner form abkleben muss mir noch was einfallen lassen aber schauen wir mal damit das gute stück mit schönen neopren tragegurt der auch äußerst bequem ist das hat sich hier ein bisschen vertüttelt jetzt alles die vordere der vordere schutz ist fest wie auch der hintere ist am tragegurt fest man kann nichts verlieren zehnfache vergrößerung 50 objektiv durchmesser natürlich auch komplett für leute ohne brille geeignet beziehungsweise für mich mit brille eingefahren beidseitigen dioktrin verstellbereich von ich muss jetzt lügen ich meine von minus drei bis plus drei aber normalerweise für also nicht ganz blinde mehr als ausreichend hat magnesium gehäuse komplett gummiert wasserfest also ich würde jetzt nicht unbedingt in bache werfen aber spritzwasser und das übliche gedöns auf der jagd kann das halt allemal ab die brücke hat einen wunderbaren stellbereich also sehr schön von kraft her zu verstellen das drehrad auch ein sehr schönes ein sehr schön widerstand so nenne ich jetzt einfach mal im fachausdruck für er lässt sich super sauber justieren und der leser entfällungsmesser geht also ohne problem bis 1500 meter ich habe gestern auch schon mal bis 1800 meter gemessen bei helllicht und tageslicht also überhaupt kein problem von der funktion her ihr habt ihr könnt das display innen drin die zahlen die eingeblendet werden in sechs helligkeitsstufen einstellen wobei zwei immer dämmerung super ist und wir bei tageslicht wie jetzt knallende sonne ist schon fünf empfehlenswert dann haben können wir uns noch ein paar zusatzdaten einblenden lassen zum einen die außentemperatur alternativ der winkel oder halt die entfernung der die reelle entfernung zum ziel wenn man den winkel mit in betracht zieht sprich wenn man bergauf oder bergab schießt haben etwas andere entfernung auch diese werte kann man sich anzeigen lassen natürlich meter yards celsius kelvin aber da wir hier in deutschland sind bleiben natürlich meter und und celsius das optimale ja was mich also einem glas wirklich überrascht hat wo ich jetzt auch bei gläsern die locker 1000 euro 1000 euro mehr gekostet haben keinen wirklichen vorteil gesehen haben ist die randschärfe die allgemeine schärfe und der kontrast also ich habe auch das leicher getestet wie auch das kales getestet und ich muss sagen also ich habe zum geko keinen unterschied gesehen davon hat gerade irgendwas geschreckt da wir momentan führende bachen haben auch mit frisch mit frischlingen gucke ich mir mal nicht dass man jetzt hier eine bache durch mit frischlingen durchs bild läuft naja auf jeden fall habe ich keinen großen unterschied vor allem zum kales gesehen was locker 1000 euro teurer ist und ich war wirklich von der optischen leistung von diesem glas überrascht selbst in schwierigsten dämmerungssituationen konnte man ganz klar das rehbild vom dunklen wald im hintergrund super ansprechen super identifizieren der leser empfehlungsmesser ich habe es auch im engage getestet von hawk hat also auf 10 cm immer genau den gleichen wert angezeigt wie auch der normale leser empfehlungsmesser von hawk also gehe ich davon aus dass beide geräte absolut passen ja würde ich mir das gerät wieder kaufen auf jeden fall es ist jeden cent wert und meiner meinung nachher gibt es momentan nichts vergleichbares mit einem ähnlich guten preisleistungsverhältnis wie das geko 10 bis 50 10 mal 50 mit rangefinder ja wenn ihr also auf der suche nach dem gerät seid womit ihr nicht nur wunderbar in die ferne spielen könnt sondern sogar die entfernung ab und zu mal abschätzen könnt oder genau messen könnt absolute kaufe empfehlung geko 10 mal 50 mit rangefinder wie gesagt habe ich eben schon gesagt uvp 1499 euro aber ist es schon um die 1000 euro zu bekommen und das ist wirklich ein absoluter kampfpreis ja dann würde ich sagen ich bin mal wieder durch ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen es war ein bisschen informativ wenn ihr fragen habt setzt sie mir gerne unten in die kommentare und ansonsten weit man zeilen oder gut schuss und bis zum nächsten mal tschüss